Ja, servus, herzlich willkommen zurück zu Lesbian Minecraft und ich mit mich hier seit langer, langer Zeit wieder. Mit langer Zeit, mal nicht wirklich saulange Zeit. Puh, ich muss mich erstmal hier wieder an alles erinnern. Ich hab übrigens die Chunks ein bisschen verkleinert, damit mein Rechner damit fertig wird, weil der hat ja momentan, wie ihr wisst, CPU-Probleme. Was ich... Klar, es ist scheiße, aber hey. So. Damit haben wir jetzt wieder einiges an Kohle. Ach, hier. So. Na, ich wette mit euch. Warte mal kurz, ich muss mal hier kurz noch bei den Kakteen gucken. 17 Kakteen. Ist zwar nicht viel, aber glaubt mir, das wird uns reichen. Ich bin immer noch traurig, dass das nicht klappt mit den Schneemännern. Das fällt mir gerade nämlich wieder ein. Ich hab das so schön verdrängt. Oh, wir hatten einen Pferdehof. Ähm. Direkt das mal Kohle. Eisen. Diamanten. Gold. Ähm. Ich sag nix. Cobble Stone. Dirt. Sand. Kies. Ja. Ja. Redstone, Gold. Lapis Lazuli. So. Cool. Alter Schwede. Mittlerweile wird das schon beträchtlich, zu was das hier alles wird. Weizenkörner. Eichenholz. Bretter. Ich hab mir jetzt übrigens überlegt, wir sollten nochmal das Eichenholz dort fällen. Damit wir wieder ein Vorrat haben. Ein Eichenholz. Einfach damit wir einen Vorrat haben. Und dort haben wir ja auch unser übergroßes Neverportal. Ach ja. Ihr habt mir ja in die Comments geschrieben, ich soll jetzt lieber mehr LPs machen als Thumbnails. Einige haben geschrieben, Cytron, du musst auch nur zwei machen. Leute, glaubt mir, ich mache so viel, wie ich will. Also, ich hetze mich da schon nicht. Entspannt euch da mal. Nehmt euch einen Keks. Und genießt die Show, ihr kleinen Suchtis. Ach ja. Das hat mir auch schon welche geschrieben. Das hat mir auch schon alle geschrieben. Der hat mir geschrieben, ich gucke deine Brickforce LPs. Regelmäßig am Abend. Dass ich mittlerweile auch schon regelmäßige Zuschauer habe. Finde ich ja auch schon richtig geil. Anscheinend. Ich meine, das ist schon was. Also, ich hätte wirklich nicht gedacht, dass ich es mit YouTube... Klar, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich sonderlich einer der weitesten bin. Aber ich bin doch... Ich bin überangenehm überrascht, wie weit ich doch bin. Also, ich hätte niemals damit gerechnet. Aber... Es geht immer noch ein bisschen mehr. So. So, jetzt warten wir lieber mal ein bisschen. Lassen wir das alles erstmal ein bisschen droppen. Drop it. Brummts. Ich hätte auch mal Bock, hier einen Eisengrohlen zu machen. Ja, und hier dann durch die Gegend watschelten und uns dann hier beschützt. Wäre mir auch sehr lieb. Hier. Hier. Im Grunde eigentlich... Warte mal kurz. Rosen, Schwerter, Spitzhacken. Ich tue mal kurz meine Eisengrohlen. Spitzhacki. Nein, nicht die. Die. Die ist so kaputt ohne Witz. Die brauchen wir eigentlich nicht. Die nützt uns eigentlich nichts mehr. Ich guck jetzt mal außen rum. Ist hier irgendwas außen gedroppt? Nein. Doch. Fireplan. Was? Hier? WTF? Ja, ich weiß. Es wird dunkel. So. Okay. Wir müssen uns doch mal Schweine besorgen. Ohne Witz. Ein paar Schweine. Wir haben doch schon eine Miene. Insofern... Ja, da steht Miene. Insofern... Schöne mal live. Sind die Partikel aus? Ah, ich wollte schon sagen. Wozu habe ich das gemacht, wenn die Partikel aus sind? Aha. Und du kannst nur nachts schlafen. Na, was sagt denn ihr dazu? Jo. Finde ich auch. Genau eurer Meinung. Wir müssten uns übrigens mal bald Quarz beschaffen. Für... Redstone-Verstärker etc. Damit wir auch mal ein bisschen mehr mit Redstone arbeiten können. Aber momentan mache ich das jetzt mehr mit dem Holz. Ich finde vorher Holz... Das ist Holz einfach wichtiger. Wir brauchen auch Holz. Momentan verbrauchen wir auch relativ regelmäßig Holz. So ist es nicht. Boah, ich habe Gottschluck auf. Ja, generell geht es mir momentan auch ziemlich scheiße. Und ich wollte mir ja noch Glownstone holen. Um mir... Weißt du, wie wir das machen? Wir werden das komplett mit Cobblestone machen. Fällt mir gerade jetzt so ein. Lol. Lol. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Hier alles mit Cobblestone. Da auch. So. So. Erstmal Tür rein. Wenn wir das Ding auch los sind. Man merkt übrigens wirklich, wenn man sich die Tür anguckt, ne. Dann merkt man wirklich, wie alt die Tür eigentlich ist. Guckt euch das mal an. Das ist noch wirklich so eine alt gepixelte Tür. Und wenn wir das dann jetzt mal mit den Eichenholzbrettern vergleichen. Die sind wirklich präziser gepixelt. Da sieht man wirklich, was von wo ist. Also was von wann ist, wie alt das ist. Finde ich ganz lustig, dass man das so ablesen kann. So. Das ist ein Garnt hier draußen. So. 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 Wie schnell hab ich denn das Bett mit der Spitzjacke abgebaut. Jetzt mal ohne Scheiß. Wie schnell war denn das? Ich hab grad ein Déjà-vu. Fuck. Jetzt mal den Boden machen. Boden ist das Wichtigste. Ah, bevor wir das machen, lass mal hier noch. So. Ich weiß, das sieht ein bisschen, ich sag mal hässlich aus. Aber ohne Witz, das soll ja... Das soll jetzt nicht unbedingt kipps aussehen, ne. Ich möchte schon, dass das so ein bisschen grob aussieht. Genau, hier haben wir das ja auch mittlerweile gemacht mit der Erde. Oh Mann, wie viel wir hier schon gemacht haben. Mal kurz. Ich mach mir hier nochmal kurz die restlichen Laubblätter ab. Ich weiß, dadurch droppt zwar weniger, aber... Drop it. Wir können uns ernsthaft doch mal ein bisschen Laub angeln. Also, dass wir auch mal ein bisschen Laub haben. Angeln, sag ich dazu ohne Witz. Ich meine, schneiden. Wir haben ja eine Schere. Hat genau gereicht. Perfekt. Kann ich mich nicht drüber beschweren. Will ich mich auch nicht drüber beschweren. Ich find's okay. Hier mit dem Lungen im fetten Nether-Portal. Ich find das immer noch... Warum hab ich das gebaut? Ohne Witz, das ist viel zu groß. So, im Nachhinein, wenn ich das sehe. Ah ja, wir brauchen ja Nether-Kurz, genau. Und ja, ich weiß, wo wir wieder rauskommen werden. What the fuck? What the heck? Seit wann ist dort ein Creeper reingelaufen? So, einfach mal ein bisschen Quarz fahren. Ohne, nicht ein Garst, ne? Ich hasse Garst. Können gestohlen bleiben, die Viecher. Okay, hier können wir eh nicht weiter mit anderen Worten. Wenn wir forschen wollen, müssen wir in die Richtung. Da müssen wir aufpassen, dass wir auch nicht hier runterfallen. Halt doch die Klappe mal lieber. Wo ist denn der? Kompass tickt wieder aus. Ich finde, beim Kompass könnten die das so machen, dass es dann zum Nether-Portal zeigt oder so. Von dem man dann durchgekommen ist. Das würde ich ganz gut finden. Halt deine Klappe. Warum ist da Kies? Seit wann spawnt Kies im Nether? Aber what the fuck is going on here? Okay, wir hören hier glasklar an Garst, was mich sehr beunruhigt. Und zwar wirklich sehr. Halt die Klappe, ey. Ich hab immer Schiss bei Garst. Ich hab schlechte Erfahrungen mit den Viechern. Es war ja klar. Du kannst nicht schießen ohne Witz. Komm hier. Was kannst du eigentlich? Lecker, Boss. Komm her. Hey, ich wollte die Post nicht. Ey, die sind wie Postboten von der DHL. Nice. Schwarzpulver. Cool. Ah, das nenne ich doch mal nice. Ah, Gobblestone. Äh, Gobblestone sag ich. Ich meine hier. Da hab ich ein bisschen was gefarmt. Okay. Okay, hier haben wir Lava. Jetzt haben wir hier wenigstens den Gas getötet, der hier die ganze Zeit sein Unwesen getrieben hat. Jetzt wär ich da wirklich beinahe reingejumpt. Lass uns mal da um die Ecke gucken. Ich hab nämlich das Gefühl, dort geht's weiter. Ich würde jetzt momentan einfach gerne das Never ein bisschen erkunden. Okay. Boah, ist das hier. Das ist leider nirgends ne Never-Festung. Da hatten wir in Minecraft Flat echt mehr Glück. Da waren wir ja direkt sozusagen, könnte man sagen, neben einer Never-Festung. Könnten ja mal später aus Spaß und Salz und Schwert verzaubern. Wollen wir nämlich hier aber noch die Pilze mit. Warum? Na, weil ich's kann. Aha. So. Hopp. Rein hier. So, und damit sind wir auch schon wieder zu Hause. Ah, tach. Werte, Herr Kollege. Oh, sind wir jetzt im Rage Mode? Du kannst mich mal. Ohne Witz. Nee. Nein. Kein Creeper. Die Viecher bringe ich lieber aus der Distanz um. Schau, dass man... Nee, es gibt ja solche XP-Bottles. Ich finde, man sollte seine XP auch in diese Bottles abfüllen können oder so. Weißt du was? Was wir jetzt mal machen? Wir verzaubern einfach aus Fun mal ein Schwert. Wisst ihr was? Wisst ihr warum? Weil ich's kann. Oder nee, viel besser. Ich weiß, was wir verzaubern. So, Lapis Lazuli. Kohle. Lapis Lazuli. 64. Das machen wir nur mal kurz. Das möchte ich kurz mal machen. Einfach mal unser Schwert, also die Spitzhacke. Ich weiß, das ist jetzt nicht so vorteilhaft, aber ganz im Ernst. Ich möchte das einfach mal machen. Bewutsamkeit. Okay. Warte mal. Heißt nicht Bewutsamkeit, dass... Ja. Cool. Okay. Das ist mal nice. Das ist wirklich mal nice. Das finde ich gut. Tschau. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Dank.